Schlager Musik und warme Worte. Beatrice Egli hat am Samstagabend zu ihrer eigenen Show im Ersten geladen. In einem Studio mit Wetten, das Gedächtnissofa leitete die blonde Schweizerin durch den Abend, überzog ihre Gäste mit Komplimenten. Beschwor so oft es ging Frauen Power und schwang am Ende sogar mit dem Publikum das Tanzbein. Howard Carpendale, Maite Kelly, Matteo Bocelli. Auf der Bühne gaben sich einmal mehr die üblichen Verdächtigen die Klinke in die Hand. Zuschauer wollen Florian Silbereisen sehen. Nur einer fehlte. Beatrice Eglis bühnenwirksamer Dauerflirt Florian Silbereisen wurde von einigen X-Nutzern schmerzlich vermisst. Stattdessen verabredete sich Egli zu Beginn der Show mit Sascha zu einem musikalischen Date. Später sangen die beiden dann im Duett den Song Radio. Silbereisen-Stimmung kam dabei aber nicht auf. Für Tränen der Rührung sorgte stattdessen ein Duett der besonderen Artikel. Erneut hatte sich die Gasgeberin selbst das Mikro geschnappt. Diesmal sang Egli den erst kürzlich veröffentlichten Song Ein Kind ist ein Kind des 2014 verstorbenen Udo Jürgens. Dank einer Videoaufnahme ging das im Duett mit Jürgens selbst. In der ersten Reihe saß währenddessen der ehemaliger Big-Band-Leader und Freund des Schlagerstars, Pepe Lienhardt. Es berührt mich jedes Mal, wenn ich ihn höre, erzählte der im Gespräch mit Egli. Jürgens sei für ihn ein wahres Vorbild. Sehr diszipliniert sei der Sänger gewesen und er habe immer alles gegeben. Das galt sowohl auf der Bühne als auch Backstage. In 37 Jahren ist er nicht einmal zu spät zum Soundcheck gekommen, erinnerte sich Lienhardt. Howard Carpendale plaudert über Enkel Metz. Ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte am Samstagabend auch Schlager-Urgestein Howard Carpendale. Das wird mein letztes Album, aber auf der Bühne singe ich, bis es nicht mehr geht, so der Sänger. Außerdem erzählte er ein wenig von seiner Familie. Enkel Metz habe mittlerweile schon seine ganz eigene Meinung, so Carpendale. Der Sohn von Schauspieler Wayne Carpendale und Moderatorin Annemarie Carpendale kritisiere auch schon mal gerne, gab Opa Carpendale zu. In einem jüngsten Vorfall kam er selbst aber glimpflich davon. Metz sei auf ihn zu gerannt und habe dann gesagt. Cooles Outfit, berichtete er. Da habe er sich schon gewundert, wo so eine Aussage bei einem Fünfjährigen wohl herkomme, gab er zu.